Wir berichten heute über die öffentliche Trauerfeier für Kurt Felix hier in St. Gallen, wo seine Familien, Freunde und Werkbegleiter ein letztes Mal von ihm Abschied nehmen können. Schön sind auch sie mit dabei und erweisen einem der grössten Entertainer, den die Schweiz je gehabt hat, die letzte Ehe. Bewegender Abschied, wie die Schweiz ihrer grössten Fernsehlegende Kurt Felix Adieu sagt. Bewegende Erlebnisse, was die prominenten Trauergäste mit Kurt Felix verbindet. Die Trauerfeier von Kurt Felix findet in der St. Laurenzen-Kille statt, mitten in St. Gallen. Hier hat Kurt Felix sein Leben lang gewohnt, es war sein Zuhause. Für seine Trauerfeier hat er sich gewünscht, dass drei von seinen engsten Freunden einen Abschiedsrät halten. Einer von diesen drei habe ich jetzt hier neben mir, es ist der CEO von Ringier, Marc Waldo. Marc Waldo, was hat Sie mit Kurt Felix verbunden? Wir hatten einerseits eine berufliche Beziehung, die wir uns kennengelernt haben. Er war ein grosser Fernsehmacher. Das hat uns beruflich zusammengebracht. Aber über das hinaus ist er vor allem eine sehr grosse Persönlichkeit gewesen. Er war eine sehr integere Person, eine sehr gescheite Person, eine sehr herzliche Person, auch eine sehr humorvolle Person. Freundschaft ist bei mir wirklich ein Wort gewesen. Und ich bin stolz, dass ich ein paar Jahre eng mit ihm befreundet sein durfte. Jetzt ist es dem Kurt Felix in Wunsch gewesen, dass Sie heute eine Abschiedsrät halten. Wie schwierig ist Ihnen das gefallen, die zu schreiben? Es ist nicht so wichtig, wie schwierig es gewesen ist, aber ich bin mich ja als Journalist gewöhnt, Text zu schreiben und es ist sicherlich einer von den schwierigsten Texten zu schreiben. Wie man dem Menschen auch gerecht werden will, seinen Gefühlen, seinen Angehörigen, seiner Familie. Paola will gerecht werden. Aber es ist mir auch eine Ehre, ein paar Worte zu richten an ihn, wo auch immer, dass er uns zuschaut. Was hat Sie am Kurt Felix am meisten beeindruckt? Also in den letzten Jahren war es sicherlich, dass er trotz dieser Krankheit, diesem Krebs, immer Zuversicht behalten hat, immer positiv geblieben ist, immer noch Freude gehabt am Leben. Das war das Eindrücklichste. Wie möchten Sie ihn gerne in Erinnerung behalten? Als ein Mensch, der das Leben genossen hat und der glücklich war. Vielen Dank, Marc Walder. Ein glücklicher Mensch war Kurt Felix, aber auch ein Perfektionist. Und weil er eben so ein Perfektionist war, hat er bereits im Vorfeld festgelegt, wer durch seine Truhe vier soll führen. Und zwar ist das der Fernsehmoderator und Prediger Beat Antenen. Auch er ist, wie Marc Walder, ein guter Freund von ihm gewesen. Jesus Christus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir nehmen heute in dieser Stunde gemeinsam Abschied von Kurt Felix. Es ist ein schwerer Abschied, natürlich für die Familie, für Freunde und Weggefährten, aber auch für all jene, welche Kurt Felix an den Bildschirmen jahrzehntelang die Treue hielten. Sein legendärer Perfektionismus scheint bis zu seiner Trauerfeier nachzuwirken. Ich habe den Eindruck, dass er uns immer noch beobachtet und jetzt auch genau hinschaut, ob hier alles ganz in seinem Sinn und Geist abläuft. Ich habe sogar das Gefühl, dass er mir bald ein SMS schicken wird mit den aufmunternden Worten Der Erfolg von Kurt Felix gründet aber nicht nur auf Fleiss und Liebe zum Detail, sondern vor allem auf der Liebe zu den Menschen. Du hast die Menschen gemocht und darum hast du die Menschen verstanden. Der König der Fernsehshow ist gegangen und die Show geht gleichwohl weiter. Ganz im Sinne des Verstorbenen. Ich bin mir sicher, dass es auch sein Wunsch war, dass wir nicht traurig sein sollen gegen sein ganzes Streben, doch nur danach, die Menschen froh zu machen. Niemand von uns wird sein Lächeln vergessen. Dieses verschmitzte Lächeln, wenn ihm einer seiner Gags besonders gut gelungen ist und es waren viele. Mit Glenn Millers Moonlight Serenade hat Kurt Felix sein Leben lang Ruhe gefunden. Schenke dem lieben Verstorbenen und uns allen deinen ewigen Frieden. Amen. Ja, Beat Antenen, Sie waren gut befreundet mit Kurt Felix und durften jetzt durch die öffentliche Truhefeier führen. Was war für Sie heute der emotionalste Moment? Ja, eigentlich die Art der Anteilnahme, eine Truhefeier oder ein Gottesdienst ist ja nicht bloß eine Ein-Mann-Show. Das braucht immer die andere Hälfte auch dazu oder mehr als die Hälfte. Und die Betroffenheit von den Leuten, die gekommen sind, vor allem auch von diesen Promis hat mich sehr berührt. Ich habe nicht gedacht, ich habe so viele Leute gesehen, jetzt bin ich rausgegangen mit Tränen. Prominente Leute, die Abenteile genommen haben, an dieser Person kam, und natürlich speziell jetzt am heutigen Tag. Es hat Sie berührt, Sie haben es gesagt, es ist sicher nicht einfach, eine Predigt zu halten auf einen vertrauten Menschen. Wie geht man da mit den Emotionen um? Ja gut, es ist natürlich wie alles im Bereich, ich komme ja vom Fernsehen und vom Eventbereich her. Und wenn auch etwas passiert ist, es muss gleich durchgehen, die Show muss gleich gehen. Und da ist es natürlich ähnlich. Also die Belastung ist mehr da gewesen, wie handelt man das mit den vielen Leuten, die kommen, dass alle zufrieden sind. Sie kommen von sehr weit her, die Leute, dass die einen gebührenden und würdenvollen Rahmen haben für den Gottesdienst. Das war eigentlich das Wichtigerste zum Handeln. Für die Emotionen, die macht man ja dort frei, wo man die Predigt schreibt. Im ganzen Bereich, in der selber, wenn man da entreist, spürt man nicht so viel davon. Jetzt hat ja Paula Felix explizit gewünscht, dass sie ihre Ruhe nicht mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Also sie hat auch darum gebeten, dass man sie und ihre Familie nicht im Fernsehen zeigt. Das ist einerseits verständlich und respektieren wir natürlich auch, weil das gehört dazu, das ist ihre Meinung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, weil Kurt Felix doch sehr ein öffentlicher Mensch war und das auch so gelebt hat. Was meinen Sie, wie kann man das erklären, der Wunsch der Polen? Ich denke, das hängt vielleicht auch zusammen mit der ganzen Leidensgeschichte. Es ist ja jetzt über Jahre gegangen und in den letzten Monaten und Wochen ist es noch intensiver geworden. Auch mit den Schmerzen und mit allem. Ich glaube, da ist einem nicht so nach Öffentlichkeitsmut. Und wenn man dann natürlich noch an den Augenblick vom Tod selber denkt, dann erst recht nicht. Also ich glaube, das kann jedes von uns nachvollziehen. Trotzdem nimmt es uns natürlich und die Öffentlichkeit auch Wunder, wie es Ihnen geht in dieser schwierigen Zeit. Können Sie dazu etwas sagen? Ich denke, dass die Familie, die wir ja heute sehen, das doch gut handelt. Sie haben sich in der ganzen Art und Weise von dem Abschied sehr gut organisiert im Bereich mit dieser Bestattung, dass man das nicht gewusst hat voraus. Und jetzt auch den heutigen Tag mit den vielen Freunden, die sie eingeladen haben, die sie dann auch noch zusammensitzen. Ich meinte, dass sie sehr gut mit dem umgehen. Vielen Dank, Beat Antenen. Wir haben es gehört, den Trost holt sich die Paula Felix natürlich auch bei den Familien und bei den Freunden. Auf der anderen Seite ist ein Trost für sie sicher auch der grosse Aufmarsch an Gäste gewesen, die hier aus dem In- und Ausland extra angereist sind, um bei der Truofier für Kurt Felix ihm die letzte Erze wiesen. Darunter auch zahlerische Prominente. Die Showszene aus Deutschland und der Schweiz verneigt sich ein letztes Mal vor Kurt Felix und zollt ihm und seiner Familie mit ihrem Erscheinen in St. Gallen Respekt. So wie dieser Weggefährte im Showbusiness Frank Elsner. Wie behalten Sie ihn in Erinnerung? Mit allem, was unsere Freundschaft geprägt hat, mit seinem unglaublichen Humor und mit seinem Lächeln. Deswegen lächle ich auch jetzt. Musiker Peter Kraus bleiben die gemeinsamen Ausflüge im Tessin in Erinnerung. Nie vergessen wird der Kurt Felix Als guten Freund, als großartigen Showmenschen, als Macher und vor allem als sehr sympathischen Menschen. Verbunden waren Artforer und Kurt Felix seit Jahrzehnten auch durch die Berge. Ich war mit dem sogar auf dem Viertäuschiger zusammen mit Paola. Er war viel bei uns im Wald. Gute Freunde waren, ganz verlässlich, treu, durch den furchtbar leid. Aber jetzt ist es schon ein paar Tage her, ich konnte mich etwas erholen. Für den aktuellen Moderator der TV-Sendung Verstehen Sie Spass ist die Anwesenheit heute Pflicht und zwar im Sinne einer Eheerweisung. Ich bin 1971 geboren, dann ist man mit Kurt und Paola natürlich groß geworden, abends, Samstagsabends vor dem Fernsehen, als dann im Jahr 2009 mir jemand gesagt hat, du kannst die Sendung übernehmen. Ich habe gesagt, naja, es ist ein Blödsinn, wo ist die Kamera? Klebi verliert mit Kurt Felix nicht nur einen Freund, sondern auch den Förderer seiner Karriere. Mein Entdecker, er hat mir die Starthilfe gegeben, die Geburtshilfe, wie man sagen kann. Aber für die tolle Karriere, die ich jetzt schon 39 Jahre unterwegs bin, bin ich natürlich sehr, sehr zu Dank verpflichtet und ich werde Kurt nie vergessen. Auch Ursula Schappi hat Kurt Felix karrieretechnisch viel zu verdanken. Umso trauriger heute der Abschied. Vom Fernseher hat er mir Karriere eröffnet und ermöglicht und ich bin ihm so fest dankbar, ich kann es mit Worten eigentlich gar nicht sagen. Und er fehlt. Viele schöne Worte für den verstorbene Kurt Felix. Und mit denen verabschieden auch wir uns hier von der Truervier in Sonn-Cole .